Was ist eine Priorität des Äußerlichen Niedersprächen? Eine von den Prioritäten des Äußerlichen Niedersprächen. Was wir kennen, das ist nicht leicht, aber wir üben sehr viel wegen der Jugend. Wir machen verschiedene Lager, von kleinen bis 15, 16, 17 Jahre Studenten. Das ist sehr wichtig. Kultur, wir haben ein großes Programm. Wir haben ungefähr drei Weltkongress von Litwakis. Wir haben Konzerten jüdische, wir haben ein Ansembl feierlich, wo wir tanzen mit Zingt auf jüdisch. Das ist ja nicht пошelt, weil der jeden ist was schon weniger bleibt. Wir haben auch eine Gimnazie, auch eine Schulung, in der Schulmalleichen Gimnazie. Wir haben auch eine jüdische Kindergarten. Was finanzieht die Regierung. Wir führen eine Politik gegen Antisemitismus. Wir schweigen nicht, was wir sagen, als wir trachten. Wir haben gute Beziehungen mit verschiedenen äussländischen Ambasades. in Amerika, in Deutschland, in verschiedenen Hallen. Morgen habe ich eine Treffung mit dem Ambasador von Großbritannien. Und das ist ja weiter. Und das ist ja weiter. Vielen Dank.